Nach langer Zeit versucht Domi Geiste zu finden, doch seine Suche beendet mal wieder ein Schiffsunglück, das ihn auf eine mysteriöse Insel verschleppt. Dort sind die Dorfbewohner in Gefahr, denn der Vulkan steigt immer höher. Doch das ist kein normales Naturgeschehen, eine mysteriöse Kraft steckt dahinter. Um Geiste zu finden und die Dorfbewohner zu retten, muss Domi dieses mysteriöse Rätsel lösen und den Weg nach Hause finden. Wird er es schaffen? Das seht ihr am 4. Mai 2024 in der ersten Folge Minecraft Multi-Worlds.